So, das wird ja schon gefilmt, glaube ich. Geht der rote Punkt dann weg? Geht der rote Punkt dann weg? Der geht nicht ganz weg, ne? Ich lasse ihn schon laufen, die Vorbereitung ist hier auch mit dabei sein. Ja, Eben! So, Busche halten. Später. Oh, Manuel. Ach, weil das Matze voll laufen wird. Ja, voll. Wo habe ich denn jetzt eigentlich den Schlüssel? Ach, hier. Arschlöcher! Hatsulu fettes Vieh eh. Haben eine leblose Frachtantwort. Fängt das bald an zu stinken, wenn er so heiß bleibt. Ja, ich dachte, er ist ein junger Schlüssel, aber es ist ein anderer Prohe. Na ja, ist auch neugierig. Ja, ja. Mal sehen, wie das macht. Ja, das passt. Das passt. Wenn er uns genauso kontrolliert, dann ist das in Ordnung. Und wenn er uns durchfängt? Nein. So, es geht los. Es geht los. Ist doch noch mal. ist das ein Joke? die sind nicht zurück? die sind nicht zurück? okay, bis morgen bis morgen bis morgen mehr die Kamera Bis zum nächsten Mal.